Musik 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 Diese Diplomarbeit soll ein Teil einer Kunstausstellung werden zum Thema Wahrnehmung. Es soll 5 3D Illustrationen als A0 Prints und eventuell noch jeweils eine lustige kleine Animation geben. Die 3D Illustrationen werden als Collage umgesetzt. Es soll die 5 Sinnesseindrücke zeigen. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017